Ja, klar ist für uns auch, dass Bernd Leno sein erstes Länderspiel macht, was eigentlich damals in Hannover auch schon vorgesehen war. Das Spiel ist abgesagt worden, aber es ist für uns klar, dass Bernd Leno auf jeden Fall auflaufen wird am kommenden Sonntag. Und wir werden auch nicht mit drei Torhütern nach Augsburg gehen, sondern Manuel Neuer wird hier im Hotel bleiben. Lukas Podolski wird nach Augsburg kommen und dann mit uns hier ins Trainingslager kommen. Und welche angeschlagenen Spieler sind ja eigentlich die übligen Verdächtigen, die jetzt auch weniger trainiert haben. Aber es wird endgültig, wird es morgen nach dem Abschlusstraining, wird es entschieden, wer dann hier bleibt. Aber es macht keinen Sinn, mit 27 Spielern nach Augsburg zu gehen. Man verliert eineinhalb Tage und so ist es dann für einige Spieler, es ist halt wichtiger, hier drei vernünftige Einheiten zu machen mit den Fitnesscoaches, um dann auch gewisse Defizite aufzuarbeiten.